Musik So, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie kennen uns wirklich nicht. Die Mutter ist meine Zeuge. Ihr habt ja komische Frau von Humor. Und klar ist auch, wenn diese Frauen, die jetzt ihr Leben lang geschafft haben, Durchschnittsalter 49 Jahre, wenn diese Frauen auf unseren Arbeitsmarkt auf der Ostahl kommen, dann wartet dieser Arbeitsmarkt nicht auf 290 an- und ungelernte Frauen. Und ich bin sehr vertretert, dass Sie dabei sind. Und es betrifft genau diese Frauen. So, das ist alles noch. So, führst mich hin. Alter, weiter, weiter. Tschüss. So, ich habe ein schönes Lied. Es passt gerade auf. Es hat die Idee so schön gemacht. Sehr gut. Ich meine, alles Lied von dir.